Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Age Game. Das habe ich mal gefunden auf der Suche von, ihr kennt ja noch Love, Sex und Second Base. Und das ganze Spiel fing vorher mal so an. Love and Sex wurde es einfach genannt und ihr seht mal, was für Protagonisten da drin sind. Und das Interessante ist nicht, man kann ja sogar erkennen, wer Bree und wer Sascha ist. Und Bree kann mich sogar auch noch erkennen. Alter Falter, ey. Okay, das ist die Originalversion von Love and Sex. Wurde damals so entwickelt und so auch rausgebracht und hat dann aber den Love and Sex Second Base Style gekriegt, den ihr ja auch so kennt. Ich glaube, es war einfach mit der Umsetzung super schwer geworden, immer wieder neue Models dazu zu finden und die da reinzupacken. Deswegen, wir starten einfach mal direkt. Komm, wir starten. Es ist auch wieder so, es ist wirklich fast so, es spielt sich, wo we love, Sex and Second Base. Es ist halt nur nie fertig gemacht worden. Hier haben wir Aletta. Es ist, ich wollte es einfach mal bringen, damit ihr einfach mal seht, äh, André. Damit ihr mal seht, was das Spiel eigentlich vorher so war. Samantha, die ja jetzt aussehen wird, ne? Wir gehen zusammen, wir gehen in unser Haus, Samantha hat uns verlassen. Hier lernen wir das erste Girlkind, das ist Bree. Interessant, oder? Ähm, hier können wir uns wieder mal zusammen machen, was wir haben möchten. Ähm, Martial Arts war immer besonders schwer, immer zu lernen. Also nehmen wir Martial Arts gleich als erstes. Und gleich kommt Sascha noch mit dazu. Da haben wir also Sascha. Das ist interessant. Ist das reingeschnitten worden? Das sieht so aus, oder? I don't know what it's look very... Hm, naja. So, was haben wir noch? Videogames. Komm, mit Bree wissen wir gleich, auf Videogames können wir bei Bree gehen. Äh, I never learned, niemals gewonnen eine Lotterie. So, ihr seht schon selber, es ist wirklich interessant gewesen, wie das mit Love, Sex, Second Place einfach mal angefangen hat. Und, ähm, jetzt die Frage an euch. Das ist ja auch mal ganz interessant, wenn ich mir das mal ganz so ein bisschen angucke. Ähm, was hätte... Ist das... War das für euch? Ist das für euch besser? Hättet ihr den Style lieber gefunden? Oder hättet ihr euch lieber gedacht, Hm, ne, so wie es jetzt ist, ist es noch geiler. So, wir gehen mal in die Kitchen. No one is in the Kitchen, das ist gut. Wie haben wir denn auf, ähm... 10, 10, 10, 10, alles klar. Do the dishes. Da kriegen wir doch gleich, äh, eine Living Room. Die sind ja sowieso erstmal draußen. Hier ist doch schon eine Pool, auch schon. Ah, wow. Gut, alles klar. Ähm, wo wollen wir hin, wo wollen wir hin? Cleaning the Living Room. Damit kriegen wir schon mal hier oben schon ein bisschen positive Sachen dazu. Äh, Second Floor. Knock on Bree. Knock on the Bathroom. No answer. Dann können wir auch ins Bathroom einfach rein. Ah, my Bedroom. Ach, my Bedroom ist oben gewesen. Ah, interessant. Äh, clean the Bedroom. Take a shower. Why not? So ein bisschen was wieder, ein bisschen auf 10. So, dann gehen wir mal runter in Living Room. Ah, und guck mal, Bree ist hier. So, jetzt wollen wir mal ein paar Interaktionen machen. Bree. Äh, machen wir mal ein Talk. Und zwar können wir, was? Sports und Foods nur. Ich hab doch Videospiele auch angemacht. Könnt ihr nicht über Videospiele auch reden? Channel. Ähm, dann machen wir nochmal mit Bree. Und mach, geben ihr ein Kompliment. Könnt das positiv gewesen sein oder negativ? Talk über Food. Sascha geht auf alle Fälle sehr schnell mit Kompliment. Sehr schön. Ach ja, wir können ja TV gucken mit Sascha. Äh, Sascha guckt gerne Horror Movies, ne? Sehr schön, wir kriegen sogar dieselben Fragen. Become Rich war das damals. Wie geil ist das denn? Wie gesagt, ich hab selber auch noch nicht so viel gespielt. Ah, sehr interessant. Kitchen. Sind die nicht alle in den Kitchen? Nehm, Make a Meal for Me Alone, weil wir brauchen Essen. Äh, Living Room. Es hat sich aber ganz schön was geändert, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Love, Sex, Second Base. Gerade mein Bedroom ist jetzt hier oben mal. Sonst war es ja immer, äh, unten. Was haben wir? 22 Uhr, Set Alarm. Im Morning bitte um 6, so, Sleep. Ich hab das Spiel in letzter Zeit ja auch sehr, 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 My Birthday. Jetzt schon? Gottes Willen, Second Floor. Ist hier meine Bathroom? Eigentlich nicht. Äh, wir machen einen Shower und gehen raus. Knock on. Guck mal, lass uns nochmal, Knock on Bathrooms. No Answer. Die ist noch nicht da drin. Wir haben 7 Uhr. Normalerweise war die eigentlich morgens mal schon komplett immer drin. Ah, Living Room. Dann gehen wir, wir haben nicht, wir haben ein bisschen wenig, äh, Dings ist dabei, ne? Äh, die nach, mein Kitchen, Drink a Coffee. Wird damit ein bisschen hoch. Jetzt gehen wir mal nach oben. und gehen mal in Second Floor und Knock on Bathroom Store. Immer noch nicht. Was ist los? War das nicht? Egal. So, Living Room. Äh, Watch TV. So, und wie geht das hier jetzt schon mal ein bisschen hoch? So, gehen wir in Kitchen. Ist auch keiner da. Wir gehen nochmal in Second Floor. Bathroom. Niemand hier? Na gut, dann war vielleicht das noch nicht gemacht worden. So, Living Room. Wie kommen wir jetzt raus? Ähm, Pontiac. Genau. City. Und da sehen wir mal die City. Ich wollte die euch mal ein bisschen zeigen. Center Station, Forest, äh, DPT und Revolve Park. Ich glaube, das war, hier ist, glaube ich, unser Arbeitsplatz. Genau. Ist das hier unser Arbeitsplatz? Müsste eigentlich, ne? Oh, wir haben, take a coffee break, müssen wir mal. A letter, genau. Use my phone. Ability. Ah, man sieht ungefähr die XP's. Samantha. Können wir callen? Das ist übrigens Samantha. Interessant. Interessant. Also, ich finde es wirklich interessant. Wir gehen aber nochmal nach Hause. Äh, in den Living Room rein. Weil ich habe vergessen heute Morgen was für Frühstücken. Wäre natürlich bescheuert gewesen. Eigentlich hätte ich ja gedacht, dass die auch mal hier auftauchen. Aber ich glaube, doch, da ist ja Bree. Eat with Bree. Okay. Breakfast together mit Bree. Hat ja lange gedauert. Ach, das ist ja auch Samstag. Ach, ich habe mich schon gewundert, warum das so lange dauert, ey. Aber es ist ja auch Samstag. Samstag dauert das Ganze immer ein bisschen länger. Äh, wir geben nochmal ein Kompliment drauf. Und talken nochmal über Sports. Ich gehe nochmal in den Poolbereich. Da ist Bree auf alle Fälle nicht. Sascha müsste jetzt eigentlich oben sein, ne? Äh, da kann ich noch ein... ist denn sie... ist denn sie... Lorenza? Lorenza. Hm. Wer weiß, wo die gerade hin ist. Living Room, vielleicht Sascha eine Kitchen. Ah, Sascha ist ein Kitchen. Na ja, jetzt machen wir nochmal Sascha nochmal eine Runde. Sind wir immerhin da schon mal ganz gut dabei. So, Living Room. Wie gesagt, ich muss das Spiel selber erst nochmal hier richtig anders spielen, weil es doch ein bisschen unterschiedlich ist. Äh, wir könnten aber mal ins... Wir können ins Gym gehen. Definitiv. Ach, ist das Dingses? Was, Bree? Bree hier? Ja, ist die Weihnachtsmannung nochmal. I don't think so. Das war ja wieder klar. Dann machen wir eben mal ein Heavy Training. Damit wären wir bei Fitness schon mal auf zwei. Ach ja, Private Coach. Oh, sehr interessant. Ich muss mich hier nochmal ein bisschen durch, äh, arbeiten. Gerade in der Hinsicht her, weil es ja doch ein bisschen... Also, Bree ist also immer noch nicht so ganz begeistert. Naja, dann lassen wir erstmal Bree erstmal raus. Ähm, wie war das andere nochmal? Wir müssen dann... Second Floor. No answer. Das heißt, ich kann ins Bathroom rein. Ich kann mein Schauerchen nehmen. Sehr schön. Äh, wir haben auch nicht mehr viele Ereignisse, nicht mehr frei. Also, wir sind auch schon ziemlich platt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir können in den Living Room, wir können nochmal in die Kitchen nochmal gehen. Wir können nochmal... Have a meal alone können wir höchstens machen, ne? So, schade, wir können keinen Kaffee trinken oder sowas alles. Oh, eat with the girls. Das ist auch gut. Vielleicht steigert das ein bisschen was raus. Aber interessant geworden. Ich wollte euch das einfach mal ein bisschen mal mitgeben und einfach mal so zeigen, hey, guckt mal, was da mal passiert ist. Ähm, aus welchem Bereich sich das gerade so ein bisschen zurückgezogen hat und wie das eben sich halt so entwickelt hat. Gerade, äh, wie ich finde, meiner Meinung nach Love and Sex Second Base. Oh, wir sind bei Bree im Zimmer, aber niemand ist da. Hm. Dann wird da wohl nichts mehr. Raus meinem Bedroom und ich gehe zum Schlafen. So, am nächsten Morgen um sechs wieder aufgestanden. Äh, es läuft am Anfang immer so ein bisschen ab. Ich muss immer nur aufpassen, nicht, dass auf einmal gleich hier irgendwer nackt reingewackelt kommt. Und dann will ich das rausschneiden. Dann ist es halt so. Kitchen, äh, drink a coffee auf alle Fälle, have a meal auf alle Fälle. Schon sind wir damit ein bisschen weiter auf. Heute ist sowieso Samstag, oder Sonntag. Da kannst du sowieso nicht viel machen, außer eben halt in Frontyard gehen, in City. Man könnte eventuell in Park nochmal gehen und go for a run machen, um ein bisschen Fitness nochmal zu steigern. Wow, go for a run. Das dauert aber lange, bis da die Fitness steigert. Wow, scheiße, das ist aber echt hier. Da müssen wir wirklich noch in Harry's Gym noch gehen. Das können wir eigentlich wirklich auch machen. Harry's M.A., Train, 20 Dollar. Oh, wer ist hier? Sascha. Kompliment erstmal raushauen. Ich glaube, das war eigentlich gerade sehr geil, ne? Sascha, talk about, äh, Sports. Ich bin so müde, sagt er. Ja, ich weiß. Komm, Abfahrt. City, äh, Home, äh, Living Room. Kann er nicht einfach mit ihr ein bisschen, mit, äh, ihr, mit Brie kann er kein Dingses machen. Er hat auch, warte, für der Hunger. Können wir in den Kitchen nochmal Meal reindrücken. Und sieht auch dementsprechend auch jetzt aus. Oh, beide sind hier. Watch TV. Nur mit Sascha? Oh, Sascha ist sauer auf uns. Why, why? Hm. Naja, was soll's. War wohl doch nicht die ganze richtige Idee. Vielleicht, weil wir stinken wie ein altes Schwein. Warum ist Sascha sauer auf uns? Hm. Interessante Sache. Hätte ich wohl nicht erfahren können. So. Nur mal so ein kurzer Einblick einfach mal in, äh, Love and Sex. Vielleicht, wie gesagt, die Version könnt ihr euch, äh, runterladen. Die gibt's im Internet, äh, Love and Sex. Könnt ihr euch runterladen. Könnt ihr selber mal ein bisschen spielen. Mal gucken, äh, wie es soweit aussieht. Und, ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und schreibt mal ruhig in die Kommentare unten rein, welche Version euch besser gefällt. Gefällt euch die aktuelle Version besser? Oder hätte es euch gefallen, oder habt ihr auch nichts dagegen gehabt, wenn diese Version weiter fortgesetzt worden wäre? Ne? Wäre mal echt interessant, eure Meinung mal zu hören. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.